Als alleinerziehende Frau mit fünf Kindern wäre es mir auch in diesem Alter mit 51 Jahren nicht mehr möglich gewesen, eine Ausbildung anzufangen. Also ich habe jahrelang jetzt als Schulbegleitung beim Dominikus-Ringeisenberg gearbeitet und dann hat sich durch die Bundesagentur für Arbeit diese Chance geboten. Durch das Qualifizierungschancengesetz der Bundesagentur bekomme ich quasi eine Vollzeitvergütung und habe eine Praxisstelle, wo ich arbeite, praktisch eine duale Ausbildung. Ich arbeite und gehe zwei Tage in der Woche in die Schule und bekomme auch noch die Lernzeit vergütet. Und somit ergibt sich für mich dieser finanzielle Hintergrund, dass ich die Ausbildung mir überhaupt erlauben kann. Und dafür muss ich sagen, bin ich sehr dankbar.